Willkommen zu einer neuen Folge. Seht ihr gleich nochmal. Ähm, ja. Äh, ich hab folgenden dürfen, egal. Ähm, ähm, der nechste Part ist weg irgendwie. Ähm, ist auch weg vom Kanal. Wir bekommen mein Desktop irgendwie ist komplett weg. Es war eine Augenkrebsfolge eigentlich und ja, ich mach mal so. Ja. Augenkrebsfolge und ja. Diese Augenkrebsfolge ist auf einmal weg. Ich find's auch nicht so schlimm. Da bin ich nur einmal tot gegangen, weil es im Wasser ist. Ihr würdet sehen, wenn ihr die Welt sehen würdet. Aber ihr seht jetzt, es ist viel im Wasser. Weil im Wasser bin ich eigentlich jetzt fertig und jetzt hab ich irgendwie mit einer Zelle geklappert. Ähm. Was machen wir? Wie? Was soll ich schon mal machen? Sieht doch eigentlich schon kohle aus. Tadadadada. Na geil. Ähm, warte. Guck euch die siebte Folge an, das unter der sechste Folge weg ist. Ähm. Ähm. Wir strahlen heute jeder draußen rum. Ich mach mal gleich mein Fenster zu. Ich muss auch gleich das Video hochladen, was ihr jetzt sehen werdet. Hier sind sieben Minuten, muss eigentlich schon da sein. Egal, Leute. Vielleicht ist das nächste Video zu spät gekommen. Deswegen würde ich mich entschuldigen, jetzt muss ich das laden. Okay, Leute. Viel Spaß mit der siebten Part. Oh, mit der siebten Folge. So gesagt, sechs Folgen. Ist jetzt ein bisschen für mich verwirrend. Egal, Leute. Bis dann. Und. Ciao. Willkommen, Leute, zu. Ah, na ein Folge zeichnen wir doch mit dem Controller machen. Und das ist ein paar Damen, wo die Scheiß war. Warum gemacht der eigentlich cool ist aber. Es ist halt halt voll, aber wir machen ganz schnell hier. Und gucken wir uns auf welches Bildwerk ist. Aber erstmal alles noch oben. Sondern. Ja, wir spielen immer mit dem Controller. Ich habe den Exekutivor gemacht. Ich hab gerade sechs Folgen geschnitten. hier kommt dann keine ahnung muss ich noch einen plan machen wir machen uns am besten genau wir spielen wir haben zwei reichen nicht Okay, man kann sogar 2 werfen. Oh, diese Zahl. Zahl tut nicht möglich. Oh, das geht wieder rein, aber ich gerade nicht. Ich werde jetzt hoch und die Kiemen. Oh mein Gott, das sieht jetzt geil aus. Oh mein Gott. Geil gemacht. So, dann ist unsere nächste Aufgabe hier hoch. Oh fuck. Ist gut gemacht. Es ist nicht leicht bei... Ah, springen. Jetzt müssen wir auch schießen. Oh Mann. 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 Ist Hulk nur einfach abge... Passt erst. Ja. Oh la la, ich bin so was von vorsichtig. Oh Gott. Puh. La, ich wollte es nicht rein. Ah, hier ist der Hexenschalter. Ja, moin. Okay, dann gehen wir hier rein. Und... What the fuck. Die Augen. Okay, hier durch. Ich würde sagen, wir machen es so. Ah, es ist doch noch weh. Fuck. Okay. Einen Tafel nur. Okay, wir rushen einfach durch. Los. Oh gut. Oh mein Gott. Sind durch. Ja, nur noch zwei Leben. Hier haben wir eine. Oh. Da. Oh nein, wird es nicht. Okay, dann machen wir dies. Weil ich save-sate ja extra dafür. Deswegen... So. So. Das würde es ja immer noch zwei herzen. Und... Wenn ich zu fast komme. Das wäre kacke. Okay, jetzt hier hoch. Okay, sie ist ja... So gut. Aha. Ansoni. Fuck. Also, okay. 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 Und jetzt? Okay, wir brauchen doppelten... Wir müssen doppelten schaffen. In zehn Sekunden. Okay, es wird echt... Knorp. Ne, schaffen wir nicht. Nein. Keine scheiß Feder. Jetzt habe ich das gemacht. Okay, gut. So, nice. Jetzt haben wir auch für's 3. Jetzt haben wir 35 Sekunden. Jetzt müssen wir... Das nur schaffen. Ja, okay. Jetzt brauchen wir diesen Doppel... Doppelsprung. Und wir haben... Oh mein Gott. Es ist so anstrengend... Wir haben's... Wir haben's... Wir haben's... Second... Second Troll geschafft, oder? Second Troll. Nice. Oh mein Gott. Nun können wir aufmachen. Voll gut. So, ich hab's nun hier gesehen. Hier sind Noten. So, ich hab's nun hier gesehen. So, ich hab's nun hier gesehen. So, ich bin mal. Eher sind nicht meine Noten gleich direkt. Ah, von der Ken... Die Höhe hier gemein. Die Höhe hier gemein. Okay, wir sind ängsten jetzt drauf zu sein. Ja, wir sind aus dem Kiel. So, wir können auch rein, aber... Ah. Wir sind hier rein. Dann bleiben wir tätig. Komplett ein paar Tonnen, oder? Und ich hab schon wieder nicht auf die Ruhe geguckt. Oh Gott. Ich hab' da hoch. Oh. Was muss ich noch? Was ist hier? Ich hab' mein Leben. Die sind auch verknüpfen. Was hat... Oh Gott. Und diese Sche... Okay, wir haben so ne... Ohne Treffer überlebt. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Skeler als letzte Folge. Aber ehrlich, letzte Folge war echt tragisch mit dem ersten Blatt. Hey, ich hab mir überlegt, den rauszuschneiden, aber... Nö. Wieso sollte ich? Ankemmen wir jetzt ja alles. Außer den Weg da unten. Aber den Weg da unten hab ich nicht angeschlagen. Noch nicht, weil... Ja. Der sieht keinser aus. Irgendwie gefühlt unmöglich. Deswegen... Fliegen wir... Oh. Oh. Und... Klar. Deswegen dachte ich ja mal, fangen wir erstmal diese Ringe... Fliegen machen. Aber das könnten wir auch ohne Fliegen machen. Ja, na cool. Aber wir müssen auch ins Wasser. Und deswegen... Und es gibt's hier Fähigkeiten. Nice. Da kommt auch Bob jetzt heute ein Partner in dieser Welt. Mit diesem Move schützt du dich Kazuhis fliegen wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwandbar. Na klar. Halte den Trigger und drücke den rechten C-Knopf. Halte danach den Trigger. Gedrückt aber Sätze. Diesen Move sparsamweilen. Denn er kostet dich. Hier ist aber eine goldene Feder. Und von denen kannst du nur von 10 tragen. Hier hast du 5 von diesen wettvollen Federn. Hey du wirst dich zu den frischsten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ja. Das ist so gut wie geil. Wie geil. Oh mein Gott. Mein Ritz ist halt verkackt. Und in der Schule geht's voll auf die Stimme. Äh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja. Hier waren eigentlich jetzt 3 oder 2 da ne. Ja, nice. Dazu haben wir jetzt eigentlich mal die goldene Feder an. Die goldene Feder sind cool. Die Feder. Ja. Und dazu sind sie auch hier eine ganze Zeit lang kaum gestreut. Auch die Federn dort unten. Kein Mensch fällt auf einmal alle. Und jetzt. Jetzt fragt ihr euch wie wir hier lang kommen. Äh. Äh. Hier auch. Eingucken hier mit der Fähigkeit hier lang. Aber komm. Wir versuchen mal ohne die Fähigkeit. Wir sind Skiller. Wir sind Profi. Okay. Wir haben es gesch... Als ob wir es geschafft haben ohne diese... Bl... Kein. Okay. Okay. Ich hab nur ein Wuschel gesehen. Ich frag mich schon mal in Zeit wo alle sind. Äh. Wie sollen wir da hochkommen? Ich frag mich eigentlich sehr ernsthaft wie ich da hochkommen soll. Wie viel Honig fangen wir hier sind. Okay. Ich kann nur einen Wuschel ich nicht machen. Wie schon. Ich kann dich nicht aus. Das ist doch schon ein Wuschel. okay okay ich dachte diese fähigkeit im hohen und wo können wir machen kann man auch wenn dann gehen wir durch die kemen raus ich habe was wenn irgendwas draußen wenn wir jetzt werden so schmale türen und wände das regt mich aber deswegen war der ich habe es in den letzten part auch versucht ein bisschen raus zu schweigen aber acht katzen waren letzte folge und zwei davon waren wegen dieses schoss geräusch so okay ich weiß dass wir ein paar monschädel hatten jetzt holen wir ihn auch schnell und ich habe kein b gedrückt jetzt ist es so sicher boah woher ist er offen hier ist er offen ich dachte er wäre schon geschossen ich denke es ist er voll geschehen ich denke es ist er voll geschehen ich denke es ist nicht 18 das ist das krasseste und zwar in einer praktischen 2 wo und ich war haben und 3 plus teile und 22 teile aber ja dann gehen wir noch schnell hoch ja gehen jetzt ein bisschen hoch und machen da oben was so 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 gerade spiele und dann stimmt das weiter hinten total ist also es immer gute folgen und schlechte folgen ich jetzt muss ich überlegen wo noch was ist ja ich habe mich verdreht das sind noch sachen aber ok ich sehe den letzten moment hier durch die nur noch für die paar wie weit ist denn weg oh mein gott wir machen das noch ich frage mich jetzt einfach nur noch was das restliche Zeug ist ok ich hab mit Jinju gehört warte mal ganz kurz uns fehlt nur noch ein Puzzleteil und ein Jinju genau und zwei Honigwarmen ich guck jetzt nach wo die Honigwarmen sind weil in der Welt weiß ich es gerade echt nicht ich könnte mir vorstellen wo ah ich kann mir vorstellen wo einer ist ah ok ok so hm hm oh 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 ja ich will ich will jetzt einfach durchschneiden einfach schaut mir in den Kommentaren ich mach mal hier oben mal eine Abstimmung ich muss es mal ausschreiben dass ich hier eine Abstimmung rein machen muss ähm ähm wir haben alle als ob wir alle Noten jetzt haben ok ich dachte ich hätte was vergessen könnte ich mehr aufnehmen sogar und euch verbinden und euch mehr binden als ja wenn hat es würde sowas egal sein er wird versuchen wenn ich gerade so möglich zu machen und euch Qualität auf diesem kanal zu zeigen nein so jetzt komm nice jetzt im hundertsten Versuch oh nein wo ist dann die letzte äh letzte äh 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 da kann ich dort äh äh wie weinert sie bald ok dann das sehen wir im nächsten Part ähm dann gehen wir aus dieser Welt und komm ich esse jetzt mal ein leckeres Brot ähm Apropos Qualität ihr habt hier Qualität gut bei Lennart ähm und dann noch eine Sache noch eine Sache ähm ich werde jetzt mehr Videos hochladen wie ähm Lennart weil wir richtig viel Kool produziert haben was eigentlich dumm ist und ja ähm am Wochenende gibt's Livestreams jetzt guckt mal in die Beschreibung was ist unser Stream-Kanal und freut euch und ach lecker freut euch und bis nächsten Mal